Oh, wir können wieder die Blauen umswitchen. Das machen wir natürlich gleich. Erstmal hier die Münzen wegmachen. Dass keins hängen bleibt. Hä? Das dachte ich schon. Aber wir haben die Lieben zum Glück gekriegt. Nur blöd ist, dass in den Kisten nichts mehr drin ist. In den ersten zwei schon. In den grünen und in den gelben sind Sachen drin. In den gelben die Pilze und in den grünen die Federn. Aber in den anderen ist eigentlich gar nichts mehr drin. Das ist irgendwie doof. Aber naja, was soll's. Was sag ich da nur? Ja, so ein grüner. Ist doch immer gut. Dann weiß man gleich, da ist die Feder drin. Hat irgendwo seine Vorteile. Aber für... Was braucht man die Feder hier? Schnell hoch. Schnell hoch. Schnell hoch. Hör. Immer schön weiterschwimmen Gut, das Unterwasserlevel geht eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her, wenn man jetzt keine Leichtsinsfehler macht. Aha, funktioniert sogar. Aha, Fische mitnehmen und Leben, Kerstin, das ist cool. Das hat Stil. Hätte ich alle durchgebracht, hätte ich ein paar mehr Leben gemacht. Oh, Bombe in der Blase, na toll. Wer braucht denn sowas? Toll. Verrecke. Hey, du hättest in den Abgrund fallen sollen. Komm, zu restlichen Partner. Endlich. Yoshi. Oho, eine Röhre. Die, 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 die. Ich nehme den. Oh, eine verkehre. Mitte? Links? Ja. Ja. Rechts. Ach, Mitte. Ja. Jetzt nämlich Mitte. Oh. Ja gut, man kann nicht immer gewinnen. Ist ja ein Glücksspiel mehr oder weniger. Uah. Der ist aber schon geplatzt. Na toll. Na toll. Boah. Gut, dass ich den mitgenommen habe, den kleinen. Oh, jetzt habe ich die Blase am Weitspringen gehindert. Na toll. Zum Glück haben wir den Safe-Strich. Ah. Ah. Oh, der Hüpf. Blödes Bombearm. Verpiss dich. Na komm, treffe ich jetzt die Boxen hier. Uah. Uah. Nein. Ach, egal. Einfach mal durch hier. Uah. Hoch, hoch. Mal hier rein. Ja. Man kann rein. Super. Und für das muss ich groß sein. Ah, toll. Zumindest bin ich am Ende. Ha. 30. Unser bestes Ergebnis definitiv. Und mehr geht glaube ich auch nicht. Ha. Au. Acht Schermpunkte noch. Dann dürfen wir wieder in die Bonus-Stage. Kann man wieder ein paar Leben machen. Okay, machen wir das Geister-Level. Hm. Toll. Huh. Ich hab mich eher umdrehen müssen. Hilft ja nicht. Nochmal. Okay. Hopp. Ah. Und weiter hier. No. Haha. Und über die Geister hinweg. Und. Ah. Schnell. Hui. Jetzt darf ich mal bremsen. Ich darf nicht, dass ich irgendwo reinlaufe, wo ich bin. nicht hin will. Ein Pils. Huah. Ich grusel mich schon. Habt ihr das gehört? Huah. Schnell weg. Hier. Oh, eine Feder. Immer fast lieber. Ja. Komm, hier hier. Ah. Aha. Ich glaub, uah. Wir müssen in die letzte Tür. Hey. Sofort drei Leben. Das ist ja mal geil. Aha. 21. Bonus Stage auch noch. Cool. Das gibt Leben. Wenn ich nicht so viel so zwischendurch versaut hätte, dann wäre es ja direkt gegangen. was ist. Juhu. Juhu. D, 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 d. Uh, ich hab den selben Weg nochmal freimacht. Toll. Ah, da gibt's ja drei Wege. Super. Ja. Der war dumm. Komm her, Buch. Ich guck dich an. Ich guck dir in die Augen, Baby. Yes. Und drüber. Und hierdurch. Und schneller. Ja. Wir holen uns wieder den Kölz. Wie eh und je. Und hochgucken. Na. Wir wollen natürlich wieder die Feder. Na, toll. Geh mal hier rein. Nein. Verkehrt. Super. Tolle Wurst. Nee. Ach, eigentlich muss ich mal klein sein, oder? Was ist denn hier drin? Uh, von Appels. Ja, der hat sich rentiert. Für das gehe ich sterben. Komm, nochmal. Ich mag die geilsten Häuser. Nicht immer so versteckte Wege und alles. Muss hier auch nicht sein, ne? Buh. 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 ah nee du ich glaube ich mache wieder schluss für heute aber diesmal komplett jetzt habe ich wieder ein paar folgen beieinander aber ich schaue dass ich es bald mal durch habe dass ich gleich ein zweites anfangen kann und danke fürs angucken